Aber Leonard, eine Flacke hab ich da. Weißt du was gegen Türken? Erstmal auf Ernst. Mein Gott, ich hab dir nichts angetan. Erstmal will ich Tekken einladen. Warum hat das 55%, Digga? Warum nicht so Tekken ein? Ist das nicht ein Bruder oder sowas? Ja, Junge, warum ist das so wie so ein Buch in so einer Aussage? Ich weiß es nicht, Junge. Wie sieht's aus? Ja, warum sehen die Wände aus wie die 9-11-Towers auf jeden Fall? Junge, fahr doch, du! Mal geht's ja Rassistisches. Hey Junge, du rutsch doch um, wer kommt da durch, wer nicht, Digga? Oh, da! Welche geht's her? Rassistisch, was? Hey! Hey! Ach, ich wusste, kriegt jeder. Man denkt Zug oder so, Digga. Ist das ehrlich Rassistisch? Ich wollte die Rampe ganz normal nehmen, auf einmal ich flieg in seine Richtung. Ey, du dummer, Junge, ich bin noch beim zweiten Auto. Geh nicht auf den Lettspie. Das ist so, Bro. Oh. 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 Oh, Regel gebrochen! Oh. Oh. Zehn Liegestützen. Dann sehen wir ohne Spaß zehn Liegestütze jetzt eigentlich sofort. Ja, okay, mein Gott. Ey. Ja, guck mal. Das ist aber ehrlich so. Man muss sofort deinen Kontrolle hinlegen und zehn Liegestützen lassen. Oh mein Gott! Was sind die Orts, dass ich gerade Liegestütze mache, wo mein Vater reinkommt? Guck mal, ein bisschen verwirrt, Digga, dass ich zocke und dann Liegestütze mache, Digga. Mit der Headset. Hä? Wer fährt gerade mit LKW ganz woanders, nein? Oh. Hä, er steht hier noch auf der Map einfach. Sein Auto steht noch da. Nein! Na, bitte! Oh, ich bin tot. Sein Auto steht da. Ich vertraue nur, weil er letzter ist, dass er gerade Netflix gegangen ist. Wie war mein WLAN? Wissen Sie das? Hab ich schon erwähnt? Sei dankbar. Andere haben keins. Ich war in Indien auch dankbar. Du kommst doch nicht durch! Ah! Nicht am Ende, Digga. Wohin, Digga? Ich bin in Save. Du Hurenso! Nein, ich war letzter. Null. Hätte was vor mir. Nein, aber dann war ich letzter auf einmal und dann bin ich gestorben, als ich letzter war. Bei dem Moment, als ich die Kollision mit ihr hatte, warst du vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat's funktioniert? Ja, was warst du für Gruppe 6? Vertraue. Hier liegen... Ah, doch. Hier liegen ein paar. Fahrzeug. Komm, bitte. Was? Warum mache ich Helikopter? Wir sind Helikopter, wir sind Helikopter. Jungen, du hast das mir so schwer... Ey. Hast du das gerade gesehen? Du hast ein Rohr genau vor mich geworfen. Werden! Alter, ist der aufgegangen oder wie, Digga? Oh, Lenna! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Helikopter... Ey ich hab gerade so die Plays gemacht. Warum sind hier Bäume? Ich check das noch nicht. Ich hab die Bäume auf die Seite gemacht, dass man da nicht runterfliegt. Und dann mal einen Modellspeicher voll und ich könnte auf der anderen Seite nicht machen. Pauline, du hast auf der Seite gemacht, wo keine Boos sind. Frash! Oh mein Gott, Idris. Oh mein Gott! Ist erstmal ehrlich, ich war clean. Einhalb Leute da... Hä! He? Man kann gar nicht trollen. Man soll nach nix. Ich hab meine Welt vergessen. Das Steuern ist jetzt so komisch, weil ich hab ein bisschen die Tastung. Bitte. Ah, genau. Respawn, Digga, für bessere Aufnung. Jawoll. Jürgen, was du sagst du? Was hast du für ein Checkpoint? Bitte. Man kann ja Respawn, Digga. No, Respawn, Digga. Ich hab Respawn, Digga. Habchem der schon mal davon bekommen. Jürgen, dass das so komisch ist... Ich kann mich gerade nicht an was... Hä? Ich hab's irgendwie geschafft, aber Gott weiß, wie. W dem weiss gut, weil du eine Map-Mesteller bist. I will keine Reise mehr mehr zu tun. Jürgen, Janskan hat seine Map auch nicht geschafft. Wenn Ernte nicht da, sagen wir mal, Superautof всего. In meinenstanden sind wir System �ứngig научieren. nicht gehen mit lennart. wieso nicht? nein 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 nicht. oh mein gott. ja 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 deswegen habe ich gewonnen gerade eben das korrekt ich werde zweiter. ich werde zweiter. ich werde zweiter. der humble Boss. oh mein gott bitte was passiert wollte ich wollte ich nicht nie beendet